Insulin ist ein Hormon, was vermeintlich erstmal nur die Funktion hat, dass es dafür sorgt, wenn wir Kohlenhydrate essen, Kartoffeln, Gemüse oder Zucker. Die Hälfte vom Zucker ist ja Glucose. Das wird schon im Mund angefangen aufzubrechen mit Amylase. Wann da dann in den Magen, Darmtrakt wird, da wird die Glucose aufgenommen, geht in das Blut. So und jetzt passiert folgendes, unser menschliches System hat immer überhaupt keine Lust, dass im Blut sich irgendetwas ändert. Das wird total überwacht. Jetzt geht der Blutzucker hoch und jetzt möchte der Körper, dass der Blutzucker bitte wieder zwischen 80 und 100 wieder zurückgeht. Ja, da wo er hingehört und dafür. Wir reden von 80 bis 100 Milligramm pro, ich glaube Deziliter ist das? Deziliter, genau. Deziliter, genau. Das ist so der Standard, das ist der gute normale Durchschnittswert. Gute Baseline. Das ist eine gute Baseline, die man auch erreichen kann. Und die Zehn sind auch noch okay? 80 bis 110 sagt man heute, oder? Genau, 80 bis 110. Das ist ja alles unkritisch schlimm. Diabetiker haben ja dann das Problem, dass sie mit 180, 280, 380 kämpfen. Ja, jetzt wird es jetzt, oder ich kenne auch Fälle über 500 nicht mehr ausgewertet. Ja, also das ist dann nicht entdeckter Diabetes, der dann irgendwann entdeckt wird. Also so schlimm kann das werden. Und das ist natürlich, da denkt man auch, was ist daran so schlimm? Ja, das ist so schlimm, weil dann Folgendes passiert, wenn Glucose zu hoch geht, kommt es sehr stark zu dem sogenannten Mylar-Effekt. Das heißt, die Glucose führt dazu, dass unsere Fette und Eiweiße veroxidieren. Und das ist schlecht. Das muss der Körper nämlich reparieren. Das kann er im gewissen Rahmen. Nur wenn das dann total hoch geht, wissen wir, was passiert beim unbehandelten Diabetes. Die Augen gehen kaputt, die Nieren gehen kaputt. Die Leute kommen in die Dialyse. Das Bein wird schwarz, muss amputiert werden und so weiter. Also das sind so die Sachen, die dann passieren. Und das ist genau dann sehr fortgeschrittener Mylar-Effekt, wo dann Blutgefäße komplett kaputt gehen. Und das wollen wir alles nicht. Und wir erklären heute, dass es eigentlich auch recht einfach ist, dass es überhaupt gar nicht dazu kommt. So, in gesunden Jahren, also am Anfang, ist es so, dass das Insulin halt dann auch gut wirkt. Das Insulin wird dann kurz danach ausgeschüttet und sorgt dafür, dass die Glucose in den Muskeln, in unseren Muskeln verschwindet. Beziehungsweise die Leber kann auch 150 Gramm Glucose aufnehmen, plus minus. Das hängt auch von der sportlichen Aktivität und vom Trainingszustand ab. Die Muskeln sind auch plus minus. Sportler, Leistungssportler haben natürlich wesentlich größere Glucosevorräte als Nichtsportler. Aber trotz allem, die Muskeln sind, glaube ich, so 300, 400 Gramm, also untrainierte, trainierte, glaube ich, mehr. Und die Leber halt so um die 100, 150 Gramm Glucose, die sie aufnehmen kann, wenn dein Platz ist. Wenn dein Platz ist. Wenn die nicht schon voll sind, sozusagen. Genau, wenn das nicht schon voll ist. Da hat eine kurze Zwischenfrage schon jetzt rein. Es geht ja immer nicht nur darum, was wir essen, sondern auch, wann wir essen. Ist ja manchmal noch viel wichtiger. Würde es denn Sinn machen, den Hauptteil der Kohlenhydrate, jetzt mal einfach kurz dazwischen gefragt, nach dem Sport oder nach langer Bewegung oder nach langerer Essenspause zu nehmen, weil dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Speicher eher leer sind. Richtig. Und die Muskeln auch schneller laden. Also das habe ich auch mit Studie belegt, dass die Muskeln, glaube ich, um Faktor 2 schneller Glucose, die haben sowieso dann auch noch, die laden Glucose sogar ohne Insulin. Und wenn Glucose im Blut hochgeht, wird um Faktor 2, ich glaube, zwei Stunden nach Workout, wird Faktor 2 mehr Glucose in die Zellen eingelagert als ohne den Sport. Das heißt, es ist auch sinnvoll, morgens zum Beispiel etwas mehr Glucose zu sich zu nehmen. Das ist durchaus okay, weil man über die Nacht ja sehr viel auch verbrannt hat, nämlich weil die Leber gearbeitet hat. Die Leber arbeitet die ganze Nacht durch und die Leber ist unser energieintensivstes Organ, möchte man nicht glauben. Es verbraucht stärker mehr als das Gehirn. 25 Prozent, Gehirn 20 Prozent Energie. Krass. Also die Leber speichert Glucose ein und frisst sie selber wieder auf, dass sie arbeiten kann. Ist das so richtig wie so ein Arbeitermenschen, dass du auch immer wieder füttern musst oder wie ein Auto, was du mit Sprit füttern musst, braucht die Leber selber auch Glucose, um arbeiten zu können? Die Leber, wobei die auch sehr gut auf Fett läuft, wenn denn der Insulin, und jetzt, da kommt das Thema Insulin dann jetzt immer häufiger rein. Die Leber kann auf beiden sehr gut laufen, die kann auf Fett laufen und die kann auf Glucose laufen. Die Leber sorgt, wie gesagt, auch dafür, die ist ja so ein Überwachungsorgan für ganz viele Parameter, die können wir heute nicht alle ansprechen. Wir konzentrieren uns ja auf Insulin und auf Glucose. Anthony Williams sagt ja sogar, dass die Leber das größt unterschätzte Organ ist überhaupt im Körper und fast alles steuert. Da brauchen jetzt wir beide keine Fans von Anthony Williams zu sein, aber ich denke, das geht schon in eine gute Richtung, dass wir nicht mal annähernd wissen, was die Leber alles kann. Richtig, richtig. Also die macht, allein was ich weiß und da ich mich mit den Themen Gene, was wir vielleicht auch nochmal anschneiden irgendwann, beschäftigt habe, die Leber macht mindestens, macht über 1000 chemische Reaktionen, wahrscheinlich sind es eher so um die 10.000 chemische Reaktionen. Und kein Arzt oder kein Mensch wird wissen, was die alles macht. Das kann man gar nicht alles überblicken. Und dann die Zusammenhänge dazwischen. Aber zurück zu Insulin. Das Insulin, wie gesagt, sorgt jetzt dafür, dass die Glucose wieder runtergeht. Im Idealfall beim gesunden Menschen nehmen die Muskeln auch brav die Glucose auf und die Leber muss selbst gar nicht viel machen. Das ist der normale Effekt. Und das kann man tatsächlich auch sehr leicht überprüfen, ob das bei einem selbst normal läuft. Da können wir gleich mal drauf eingehen. Das ist nämlich das Schöne. Leider wird das in der Standarduntersuchung nie gemessen. Ich habe es auch schon häufig erlebt, dass Ärzte, wenn man ihnen sagt, bitte Insulin messen, sagen, messen wir mal einen Blutzucker. Nein, Blutzucker interessiert mich nicht. Es interessiert das Insulin. Das ist aber von jedem Labor einfach messbar. Man misst nüchtern Insulin morgens nach mindestens acht Stunden nicht essen, acht Stunden fasten, also über Nacht, wie die Blutfette auch, damit es aussagekräftig ist. Weil logischerweise, wenn man jetzt gerade was gegessen hat, egal was, wenn man viel Kohlenhydrate hat, dann hat man einen hohen Insulinspiegel. Und das ist wiederum normal. Da könnte man jetzt mal sagen, ah, sind jetzt 40 oder 50 Mikroeinheiten. Aber das bringt nichts, sondern ein guter Vergleich oder beziehungsweise ein guter Wert ist der nüchtern Insulinwert morgens. Und der sollte unter fünf Mikroeinheiten liegen. Was ist das übersetzt in die Milligramm pro Deziliter? Nee, das ist nur Picomol oder M. Achso, das kannst du in dieser Einheit gar nicht messen. Richtig, 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 genau. Verstehe. Also Mikroeinheiten. Genau, das heißt, da brauchst du ein gutes Blutzuckermessgerät, das diesen Wert dann quasi auch erkennt. Das misst du ja schon auch aus dem Blut oder nicht? Leider nein. Insulin geht leider nur übers Labor. Also es ist wohl in der Forschung, da freue ich mich auch drauf, wenn es das gibt, weil man dann noch mehr rumexperimentieren kann. Aber leider gibt es das noch nicht für zu Hause. Insulin ist nach wie vor ein Wert, den man nur im Labor bestimmen kann. Das heißt, da muss man entweder direkt den Hausarzt fragen, bitte, bitte, das kostet ungefähr 13 Euro, wenn man es selbst bezahlen muss, wenn das nicht auf Kassenteistung machen kann. Das weiß ich nicht genau. Also bei Privatversichern geht es auf jeden Fall. Und bei Kassenpatienten weiß ich es jetzt nicht genau. Und ansonsten kann man auch direkt immer zum Labor hingehen. Denn jedes Labor macht das als Dienstleistung, dass man die Blutwerte sehen möchte. Okay, und dann daraus aus diesem 5 µ, was du gerade gesagt hast, das können wir nochmal aufschlüsseln in den Shownotes, das ist so ein optimaler Wert. Und dann wissen wir quasi, dass die Leber optimal arbeitet und dass bei mir quasi dieser, ich nenne es jetzt mal, Blutzucker-Insulin-Apparat gut funktioniert. Genau. Der Morgenwert ist typischerweise zwischen 3 und 5. Das ist ja typischerweise, ich würde sagen, bei 60, 70 Prozent in Deutschland Lebenden nicht mehr der Fall. In Amerika sieht das noch schlechter aus. Da weiß man, dass das mittlerweile bei 90 Prozent der Menschen nicht mehr der Fall ist. Das merkt man daran. Und jetzt wird es, glaube ich, schon für den einen oder anderen spannend, dass zum Beispiel so etwas wie hoher Blutdruck entsteht. Das ist so eine der ersten Warnzeichen unter Umständen von zu hohem Insulinwert. Warum ist das so? Weil wenn das Insulin zu hoch ist, dann halten die Nieren zu viel Natrium zurück. Halten die zu viel Natrium zurück, existiert zu viel Flüssigkeit dann letzten Endes, die dann dafür sorgt, dass der Blutdruck hochgeht. Da ist aber nicht das Natrium dran schuld, sondern letzten Endes ein zu hoher Insulinspiegel. Wenn man den Insulinspiegel dann durch die richtige Ernährung, also sprich, man muss die Kohlenhydrate auf eine für uns Menschen vernünftige Menge reduzieren. Wenn man das tut, sinkt auch nach und nach der Insulinspiegel. Das kann leider ein bisschen länger dauern. Je nachdem, wie die Ausgangssituation ist, kann das auch, muss man da unter Umständen sehr lange, also sprich, wenn jemand schon Prädiabetiker ist, was man übrigens auch wiederum am Insulinspiegel entdeckt, dann dauert das unter Umständen, da muss man ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr sehr konsequent Low-Carb sich ernähren. Das ist der einzige Weg, der dahin führt. Haken wir mal fest. Jetzt so ein kleines Zwischenfazit. Du hast uns jetzt schon sehr schön erklärt, wie dieser Mechanismus im Körper funktioniert. Und wir dürfen zwei Sachen unterscheiden bei Insulin und Diabetes. Also diese zwei Begriffe werden ja häufig verwendet oder das sind die, die die meisten kennen. Es gilt zu unterscheiden zwischen einem Insulinwert und einem Blutzuckerwert. Und die sind inhärent verschieden. Also das ist ja ganz wichtig. Es bringt uns zwar für uns selber, um uns selber konstant zu messen. Und ich habe zum Beispiel hier auch, ich werde jetzt mal testweise, so ein konstanter Messer für 14 Tage, einfach um meinen Blutzuckerwert stetig zu messen und kann dann quasi über verschiedene Apps, ich zeige dir mal ganz kurz in die Kamera hier. Jetzt ist er hier relativ hoch bei 113. Aber ihr seht hier, die Linie ist ziemlich konstant hier. Perfekt. Das heißt, man kann hier dann sehr, sehr gut dann eben auch schlussfolgern über den Tag hinweg, wie ist mein Blutzuckerwert und wie verändert der sich, wenn ich was esse, wenn ich Stress habe, wenn ich schlafe, wie ist er morgens, wie ist er abends. Das heißt, da muss ich mir nicht immer wieder den Finger pieksen, um das rauszufinden. Und daraus lassen sich, denke ich mal, schon mal ganz gute Rückschlüsse zumindest auf meinen Insulinwert folgern, der letztlich noch viel wichtiger ist. Denn er ist ja quasi der ultimative, ich nenne es jetzt mal Biomarker, der uns verrät, okay, laufe ich in so eine Prädiabetes, in eine Diabetes oder sogar in eine Insulinresistenz rein, was ja dann quasi die Endstufe ist.